Stimmt ja, dass er mit 16, 17, 18 schon College, also Universität schon angefangen hat. Und dann haben ich glaube immer schon ausgewählt, welche Fächer sie überhaupt für Matur machen können. Und nur dass sie A-Levels machen, sagen, wenn man in Mathematik kommt und Sprachladen weg lässt. Ich bin jetzt auf dem Meer, wo man in Mathematik kommt. Und hier geht es um den Weg. Ich bin jetzt auf dem Meer. Ich bin jetzt auf dem Meer. Ich bin jetzt auf dem Meer. Okay. 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 This is a teensy plastic. Yeah. I would've never saw anything. Vielen Dank.